Oh, this was pleasant. Da bist du ja endlich. Hallo. Komisches Spiel. Ja, ich bin merkwürdig. Siehst du das? Ja. Was macht Jeffrey da an deiner Tasche? Warum ist er an meiner Tasche? Wollen wir nachsehen? Ja, komm. Scheiße, mein Handy ist weg. Wie ist weg? Ja, guck doch, das ist weg. Ich bin sicher, dass es hier ist. Ja. Hast du dich vielleicht irgendwo anders hingetragen? Nein, ich hab doch nur... Dann hat Jeffrey es bestimmt gekauft. Ganz bestimmt hat Jeffrey das genommen. Wer denn sonst? Ja, er war der Einzige, der hier war. Jeffrey? 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 Du hast denn Anastasche? Aber ihr Handy fehlt. Mein Handy fehlt. Du warst zuletzt an meiner Tasche. Ich hab den Ball geholt. Ja, Junge, mein Handy fehlt. Du warst zuletzt an meiner Tasche. Du warst zuletzt an meiner Tasche. Nein, du warst zuletzt an meiner Tasche. Nein, nein! Danke! Herr Pasch ist ein Schal, und Sie sind in der Klasse ja auch! Tippt euch mal! Tippt euch einfach! Tippt euch einfach! Herr Pasch ist ein Schal! Was ist das für eine Unruhe hier? Du faust vorbei! Will ich mal sehen, ob ihr eure Vokabeln gelernt habt. Abdullah, was heißt Refugee? Richtig. Gut. Fatma, Bridge. Brücke. Richtig. Anne, Thief. Dieb, davon haben wir genug hier. Von wegen? Ich hab dein Handy nicht geklaut. Was verstehst du nicht daran? Was soll ich mit deinem Handy... Du hast mein Handy geklaut. Du warst vorhin an der Bank und hast mein Handy geklaut. Habe ich nicht geklaut. Ist das mein Klingelton? Hä? Oh! Susanne, das ist mein Klingelton. Susanne, hast mein Handy hier. Womit ihr mal die Ausländer bescheiden? Beste Freundin! 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 Danke schön, ne? Geh denn nach Hause! Geh Flens! Geh zu Mami! Hast du noch irgendwas zu sagen? Es tut mir leid wegen vorhin, dass ich euch so beschuldigt habe. Und wie kann ich das eigentlich wieder gut machen? Ja, musst du ja wissen. Mit einem Fußballspiel vielleicht? Nur wenn du ein Tor bist! Okay, mach ich. Das hab ich verdient. Geh, geh, geh. Tape! Untertitelung des ZDF, 2020